So und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft und zwar genau ich war hier drin und möchte mal kurz etwas einschalten und zwar den wodurch dann natürlich automatisch die Aufnahme beendet. Ah schon ein bisschen weniger FPS aber ist egal neue Tastatur habe ich heute will also mir gekauft. Gewinnungsbedürftig aber wenn man es erstmal drauf hat dann geht eigentlich. So Hans Wurst ist ja noch hart am fressen. Das ist ja jetzt ein anderer als vorher. So da bin ich wieder kurz mein Vater. Oh. So in hier. Ich hasse ja eigentlich Tastaturen die so komisch. Also so ganz harte. Loll wo ist das außerhalb. Hey du kleines Viech von bis zum Ausland. Nein du bist ja wirklich außerhalb. Ach jetzt was wieder innerhalb. Ach das ist der übergehebt. Das kommt da aber nicht vor oder? Oh nein. Oh. Tum 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 tum. Ja, jalli! Äh, was wollte ich noch machen? Also, wir hatten die Sortiermaschine gebaut, die total verwirrend ist. So. Und... Wir hatten... Genau, ich wollte als nächstes mal in die Halle zurück. Landschaft wird heruntergeladen. So, ein Hühnchen ist hier. Und das generiert noch, deswegen hab ich relativ wenig FPS. Geil. So, generiere schneller. Portal hab ich mir schon direkt gesetzt, wenn ich gut... Mh, 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 mh. Aber dadurch, dass das hier quasi alte Hölle ist, wird's hier wahrscheinlich erstmal... ...noch keinen Niederquartz geben. Welchen ich aber gerne hätte. Äh... Ne, der Quarz gibt's hier auch erstmal nicht. Ja, ähm, ich rede schon wieder zu wenig, das ist voll beschissen. Aber wenn man aufnimmt, dann redet man insgesamt wenig, weil man nicht weiß, was man alles reden soll. Deswegen rede ich auch so viel Bullshit immer, also jeden Tag und überhaupt und insgesamt und bleh. Ähm, 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 NUVS, genau, äh, es soll bald das neue Assassin's Creed 4 geben, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das jetzt Erweiterungspack ist, Assassin's Creed mäßig bin ich sowieso nicht so unterwegs. Klar, ich hab's auch schon mal gezockt und sowas, ähm, aber... Ne, hier ist nirgendwo nieder Quarz, was ist das denn für Bullshit? Bum, bum 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 bum, bum 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 bum. Dann werd ich wohl das Portal neu bauen. Was ist denn, wenn ich jetzt eigentlich das Portal zerstöre? Und dann zerstöre ich jetzt von der anderen Seite aus. Kann ich das eigentlich auch nehmen, wenn du das? Zack, 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 und 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 zack, Was ist das? LOL What the fuck? Wozu wird denn die Landluft jetzt hier auch noch geladen? Ich will nur kurz die Aufnahme LOL LOL What the fuck? Ach ja, das ist so eine Oga-Welt Die hat MoCreature, also die ist von MoCreatures nur für Oga entworfen Das ist cool, also wissen wir schon, was uns erweitert, wenn wir Irgendwelche Kriterien Aber wie komme ich jetzt wieder zurück? Nur verzöte ich mich hier wohl Ah! Ja, wie gesagt, ich werde hier ein bisschen Von dem Erd setzen Weil das ist ja mega öde, wenn ich dann immer Zehn Jahre laufen muss Hier, das ist alles Das kann man dann alles aus dieser Welt da holen Oh ja, habe ich keinen Quarz Ach da, okay Das ist übrigens immer so Die sind immer Höhlen ausfüllend Nein, ich mache jetzt hier Einmal diese Höhle hier voll Und dann Mehr nicht Da muss ich halt das nächste Mal laufen Ich habe heute nicht nur die Tastatur gekauft, sondern auch halt jetzt den Videograbber Wo ich noch ein bisschen mit rumprobiere So, du, du Oh, der hat gerade eben über kurz die Zahl weißt? Ich dachte, ich hätte nicht aufgenommen Eigentlich wollte ich mir ursprünglich eine von Also die Tastatur jetzt von Diese komischen Billy Gaming Tastaturen da Dann hätte ich mir die Entweder diese komische Nightmare Also dann hätten die Leuchte Leuchtende Tassen gehabt Leuchtende Tassen üben Übrigens, ne Tasten So Jetzt in den Tasten Oh Mann So, hier Alter, ist da heute richtig lange Tastatur 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 Ich unterwinde kurz die Aufnahme Und Ähm Kurze Aufnahme Pause, Schluss Und damit hallo und herzlich willkommen zurück Ich musste hier noch abbauen Tastatur 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 Prozent also Prozent Prozent das war eigentlich auch mal die Idee die Quarry hier hinzustellen also in Hölle was stehst so Prozent ja das ist jetzt nicht so spannend deswegen finde ich auch gar nichts was ich sagen können nur jetzt geht es ja noch um um er steht im Moment auch nicht so laut und nicht so viel und nicht so schnell und sowieso und Prozent das ist nicht mehr so ein bisschen weil ich eigentlich ja so schnell reden kann und auch so viel und auch so laut und bla und deswegen werde ich das jetzt ab jetzt wieder versuchen auch so ein bisschen mich daran zu halten und die ganze Zeit reden ist ja auch egal ob ich Brüche selber oder nicht weil das macht man ja durchaus immer ähm genau so und zwar ähm Quarz Abbau genau ja heute werde ich wahrscheinlich also wenn ich es schaffe die erste Aufnahme um für von der Platte machen um 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 werde ich wahrscheinlich alle um ziemlich alle Spiele die ich so habe erst mal aufnehmen um ein bisschen zum zeigen so ein bisschen zum zeigen so jetzt kommt das Ding hier zu Ich glaube, ich nehme mir trotzdem nur ein bisschen mit. Dann habe ich was für jeder Ziegel. Falls ich irgendwie meinen Zaun oder sowas bauen will. Weißt. Außerdem brennt das Ding ja ewig. Jetzt weiß ich nicht, ob ich statt Mist halt entweder noch ein Play, also Playzie mache oder irgendein anderes. Ich kann ja auch ein anderes Mist spielen. Es gibt ja mittlerweile fünf Stück. Dann würde ich mir die komische All-in-One-Edition holen und dann alle zocken. Oder das erste bis zum letzten hin. Ne? Dann würde ich das drei halt nicht mehr zocken. Das wäre ein bisschen doof. Das dauert ja trotzdem. Egal wie schnell du die Rätseln machst, das dauert ja trotzdem. Ne. Und außerdem hat man das ja alles schon gesehen. Ja, wie gesagt, das Ende ist jetzt auch hochgeladen. so, erst mal wieder nach Hut. Jetzt habe ich hier weniger FPS als in der Hülle. so, ähm, was war hier eigentlich? Keine Ahnung. Hier drin. Gezippel. Ich habe noch sechs Eisen. Und keine Kuhle mehr, doch. 48 durch 3. Okay. cool, passt hier sogar genau. 16? What? So, dann war hier noch Zaun. Steckies und Zaun. Achso, so, Zaun habe ich nicht mehr. Okay. Okay. Kürbis. Das war halt hier alles noch gar nicht. Zogero war aber hier drin, ne? Ja. Ich weiß, meine Sortierung ist noch nicht die beste, sagen wir es so. Ähm, ja, aber es ist halt so ein bisschen. Jetzt weiß ich auch, warum ich die ganze Zeit so leise gesprochen habe. Weil ich meistens immer einen Froschmahlzeiter hatte. Yay, endlich ist der weg. Oh, lol. Achso, du bist ja jetzt ausgespuckt. Nee, wirst du gar nicht, hier ist einfach noch kein Kalt. ich weiß, wie es ausschaut wurde. Ich weiß, wie es ausschaut wurde. geleitet super klopp jetzt irgendwie irgendwas so in der richtung obwohl ich kann ja auch eigentlich das Zeug wieder weg machen das ist ja nicht notwendig die kleine Aufschüttung war notwendig aber das hier ist ja nicht mehr notwendig na 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 soo da 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 hey wieso seid ihr nur zu eigener Alter wieso wechseln das so langsam das wie ich ach ich hab doch noch ganz viel Faden oder nochmal so ja wie gesagt noch eine neue Tastatur aber die ist richtig geil die kann ich so eine Spülmaschine packen die ist wasserfest also komplett da ja so zack zack ja ja